Diese Wände könnten Leinwände sein. Wir sind der Sukuma Award, der Mitmachfilmpreis, bei dem Nachhaltigkeitsthemen sichtbar und greifbar mit Humor gemacht werden. Unsere konsumkritischen Anti-Werbespots dauern meist nicht länger als eine Minute und werden bei Filmnächten, in Kinos oder auch auf Festivals gezeigt. Und wir haben noch viel vor. Und wozu braucht ihr den Beamer? Wir haben Ende September und es wird langsam dunkel. Und Corona-bedingt ist es schwierig, Veranstaltungen in Innenräumen zu machen. Deshalb wollen wir unsere Botschaft raus in die Welt bringen. Nehmt noch nicht auf? Doch, jetzt schon. Da unten rechts steht Dreck. Ah ja. Jetzt haben wir allerdings Quatschmedereien. Das macht ja nichts. Wir denken, dass wir nicht die Einzigen sind, die so einen Beamer gebrauchen könnten. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Solidarität wollen wir ihn auch für möglichst viele andere Gruppen zur Verfügung stellen. Wir von FF Dresden würden uns über die Möglichkeit freuen, unsere Aktionen und Demonstrationen visuell zu unterstützen. Gerade in dem von uns mitgestützten Klimacamp wäre das sehr gut, um Vorträge und Workshops besser abhalten zu können. Wir sind bei Extinction Rebellion in Dresden aktiv. Und auch wir könnten einen Beamer ziemlich gut gebrauchen. Genau. Wir wollen damit Klimafakten zum Beispiel ans Rathaus projizieren. Denn gerade hier in Sachsen gibt es noch viele Menschen, die, und jetzt der lange Satz, über den wissenschaftlichen Konsens zur menschengemachten Klimakatastrophe nicht informiert sind. Und an öffentlichen Orten wie diesem hier könnten wir dann verdammt gut in Veranstaltungen abhalten. Genau. Wir würden uns total freuen, wenn ihr für unseren neuen Beamer spendet. Ihr helft damit nicht nur uns, sondern auch anderen Initiativen trotz Corona aktiv und sichtbar in der Stadt zu sein. Also, wenn ihr mehr Informationen braucht, dann schaut einfach auf unsere Internetseite www.sukuma-award.de oder kommt zu unseren nächsten Veranstaltungen. Dann hoffentlich mit neuem Beamer. Genau deswegen brauchen wir einen Beamer. Verzeihung? Äh, hallo? Sie haben... Sie wollen ja... Sie haben ja Ihre Taktik-Tigarettenstimme gelassen. Äh, Sie haben da etwas... Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung... Es hat kein Ég�рос populationsisch beim Das war mir gar nicht bewusst. Wir sind pinke Hände. Und damit wir uns nicht den Mund fusslich ert 그 elettleiz derm, könnten wir einen Beamer sehr, sehr gut gebrauchen.